Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 68 München, 2. Bundesliga 2014-2015, 3. Spieltag, Heidenheim gegen 1860 München, Ergebnis 2 zu 2. Startelf, Heidenheim, Zimmermann, Strauß, Gröhlecht, Wittek, Heise, Gretzenbeck, Tesch, Haferro, Risse, Chantenach, Niedelichner, Maier. Startelf, 1860 München, Ochtraka, Moreno, Acai, Maier, Brülw, Schindelech, Thomasov, Sanchez, Bedia, Steinhöfer, Leonardo, Wucht, Ochtraka, Tee, das war's von Heidenheim gegen 1860 München, 19.47 Uhr. Herzlichen Glückwunsch.